So meine Freunde, moin zusammen mit einer Eilnachricht hier aus Leverkusen und viele von euch wissen, dass ich bekomme ja hier aus der Ecke und in Leverkusen habe ich auch selbst mein Büro und dementsprechend, es zieht gerade eine ordentliche Giftwolke über Leverkusen und auch die umliegenden Städte sind natürlich betroffen, so je nachdem wie der Wind steht. Und was ist da passiert? Im Schempark, also Chemiepark, Leverkusen, wenn viele von euch können, ist in der Nähe hier von Köln und dementsprechend, oder liegt genau zwischen Köln und Düsseldorf, so kann man es sagen. Hier unten ist Köln, hier ist Düsseldorf und hier ungefähr liegt Leverkusen und Bayer hat ja sehr, sehr viele Firmen oder überhaupt Gebäude, sage ich jetzt mal einfach dazu, Produktion und so weiter in Leverkusen und über die Jahre hinweg hat sich dort ein großer Chemiepark angesammelt mit vielen zahlreichen Mitarbeitern, allem drum und dran. Und eine Firma zur Entsorgung von Sondermüll und halt auch Gefahrstoffen, wenn ich das richtig interpretiere, ist heute Morgen nämlich eine Explosion oder heute Vormittag eine Explosion passiert und dort stößt gerade eine riesengroße Giftwolke aus, sodass die Behörden auch sagen, ja, rundherum liegende Dörfer, Orte und so weiter Fenster geschlossen halten, Leute geht von der Straße, ihr sollt rein in die Buden. Also da auf jeden Fall aufpassen, Autobahn ist auch gesperrt in der Ecke, also da geht es auf jeden Fall ziemlich rum, so gibt es hier von der Polizei NRW bei Twitter die Aussage vom Update von 20 nach 11. Die Situation in Leverkusen-Wiesdorf ist aktuell noch unübersichtlich, wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären der Situation, es gibt mehrere Verletzte, also da ist wohl einiges passiert und die Bild schreibt hier, Das Feuer droht auf, das dahinterliegende Gebäude mit brennbaren Lösemitteln überzugreifen. Unter der Übergabesituation bzw. im Tanklager befindet sich ein Tanklager mit 100.000 Liter brennbarer Eisenflüssigkeit, was auch immer das genau sein mag. Also wenn das auch noch hoch geht, dann haben wir natürlich hier ganz großes im negativen Sinne gesehen Kino, denn ich habe ja auch die einen oder anderen Bekannten, die in Leverkusen auch ihr Büro haben oder halt privat auch wohnen, mit denen ich schon gesprochen habe. Und die sagen, es war wie eine gigantische Explosion, man hat es auch im gesamten Stadtgebiet von Leverkusen mitbekommen. Also es muss ganz, ganz krass gewesen sein. Ja, ich bin mal gespannt. Also was ich von dem Bekannten positiv erwähnen kann, auch mitbekommen habe. Die Warn-App Nina ist wohl angesprungen und man hat wohl auch Serienalarm in der Stadt gehört. Also es ist jetzt anders als bei der Flutkatastrophe in der Situation unten. Da hat es auf jeden Fall Warnungen gegeben und das ist ja schon mal Standard eigentlich, aber in Deutschland ist das was Besonderes, ist das was Gutes. Ja, und ich hoffe, dass die Betroffenen soweit glimpflich davon kommen und keine bleibenden Schäden haben oder ähnliches. Ich halte euch im Laufenden, wenn was Neues kommt, schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.